Wir freuen uns jetzt riesig auf das Spiel, ausverkauftes Haus, gegen einen Erzrival zu Hause. Es gibt für uns Spieler nichts Schöneres. Es ist jetzt so, dass wir in 13 Tagen fünf Spielen haben, in drei verschiedenen Bewerben. Und hiermit appelliere ich an die Fans, dass sie wieder ins Boot kommen und dass sie die Mannschaft so pushen, wie sie das können. Gegen Sturm Graz war das 90 Minuten richtig toll. Was nachher passiert ist, ist so, das nehme ich auch zur Kenntnis, werde ich auch in Zukunft zur Kenntnis nehmen, muss ich. Aber wenn sie die Jungs anfeuern 90 Minuten und wir gemeinsam da in die nächsten 13 Tage gehen, auf die wir uns sehr freuen, würde ich mich sehr freuen. Und ich hoffe, dass die Fans die Jungs unterstützen, so wie sie es sich verdient haben und den Verein. Es ist eine ganz wichtige Partie für uns, für Selbstvertrauen, vor allem auch für Mut. Die Austria ist keine schlechte Mannschaft. Es ist aber für uns schon sehr wichtig, dass wir da jetzt ein gutes Spiel zeigen.